Biologie an der Montessori-Fachoberschule in München. Die Lehrerin ist noch nicht da, aber der Unterricht ist bereits in vollem Gange. Selbstständig holen die Elfklässler die Mikroskope aus dem Schrank und beginnen mit der Arbeit. Eigenverantwortliches Lernen ist ein fester Bestandteil am Schulkonzept. Jeder lernt, wann und wo er möchte. Ganz ohne Prüfung kommt aber auch diese Schule nicht aus. Cindy und die meisten ihrer Mitschüler wollen später schließlich auch noch studieren. Das Besondere an Neumos München ist halt, dass man sich wie in einer großen Familie fühlt. Man kommt gerne her, man lernt hier gerne. Also nicht unbedingt nur von 10 bis um 1 zum Unterricht, sondern kommt man halt zwei Stunden vorher und bestaltet sich seine Zeit, sein Lernen, sein Unterricht selber.